servus leute herzlich willkommen zu einem neuen pokémon go pvp video im superliga remix der vorgestern gestartet ist und ja hab jetzt einfach mal dieses team am start hat er tatsächlich schon ein video aufgenommen gehabt aber leider gab es da probleme mit der tonspur deswegen nehmen wir jetzt einfach nochmal ein set auf das team an sich eigentlich nicht so schlecht aber es gibt halt so ein paar baustellen akubis halt ein bisschen eklig und quapu ist auch nicht so ohne aber wir schauen einfach mal was wir so reißen können gestern der cd mit bau zwar auch sehr geil also mal gucken vielleicht kann man mal silvaro irgendwann zocken aber jetzt erstmal das team deswegen ja let's go können wir gerne mitteilen wenn ihr den superliga remix auszockt was habt ihr denn so für ein team am start also akubis auf jeden fall geil habe ich auch schon gezockt und das ist ja hätte ich jetzt gerne greffeldes aber ja spielt mit bürde immerhin deswegen bleiben wir erstmal drin müssen uns das mund hier auch mal ein bisschen aufheben denke ich gehen wir schon mal auf den steinhagel ist jetzt bei sieben mal bürde das sicherlich eine greffeldes antwort bestimmt und ja geht es wahrscheinlich auf back to back surfer und das ist halt die sache ne bräuchte das mund überhaupt noch zwingend ich weiß es nicht eventuell bräuchte das ding gar nicht ne ich bleib jetzt einfach mal drin also klar natürlich dass hier so ein abb team im grunde aber oder vielleicht doch mal in panzer aeron ich weiß es nicht ich mach ich immer jetzt mal den selfsport mit panzer aeron setzt direkt ein ok ja wisst du was ich gehe einfach jetzt in greffeldes hummel in energie wenn du nicht raus gehst da kann man sicherlich auch irgendwas machen ist auf jeden fall komplett dry bleibst drin hast den eisstrahl ich denke nicht ich denke nicht und hast jetzt fünf mal bürde gemacht also zwei weiteren hast den nächsten surfer aber den sollten wir auch ziemlich gut weg stecken bitte kein akub dann sieht es gut aus und joa ist halt die große frage ok eigenes greffeldes gehen wir auf aeros was hast du dann hinten wenn du mit dem teil hier reinkommst ich habe keine ahnung müssten vielleicht dann mal einen aeros abfangen hat leider nicht geklappt ok lassen akub leider auf himmels fäger soll jetzt bei vier mal volt wechsel also es wird extrem ungeschmeidig hier das kann ich euch versichern ja guter schild leider vielleicht köderst du mit der kreuzschere deswegen werde ich nicht schilden aber sieht nicht gut aus köderst leider nicht rein und kannst du es noch einmal ausholen ja so akub ist auf jeden fall der endgegner dieses teams dementsprechend ja habe ich auch auf jeden fall nicht mehr gezockt aber ich wollte zumindest mal das setz machen ja und vielleicht kriegen wir doch den sieg werden sehen vielleicht mit der aeros können wir uns hier weiter behelfen aber ja du hast noch dein eigenes gefälldes das war glaube ich noch ziemlich healthy deswegen werde ich ja vielleicht rausgehen aber ich wollte noch gucken wie viel dein eigenes gefälldes konkret hatte weil ich es vergessen hatte aber ja akub also wenn ihr akub habt zockt das auf jeden fall also schon sehr sehr geil zumal es keinen bolterus gibt und so also habe ich am anfang vergessen zu erwähnen dass sozusagen ja dass eben die 20 am häufigsten gezockten pokémon nicht erlaubt sind also bolterus meditalis wie sie alle heißen knuddelluff und so dementsprechend akub hat hier ein gutes leben so das ist jetzt die sache müssten auf jeden fall raus die frage ist wann ich gehe schon mal auf bodyslam und jetzt einfach in gefälldes eventuell mach ich jetzt einfach das ist auch in ordnung ne das ist auch ja gut ich meine akub wird extrem pfeffern aber die finster auch er sollte auch schaden machen ich bin gespannt ob du die schild ist okay das war wichtig ich lasse mal eine durch würde aber schon gut schaden machen mal gucken ob wir die jetzt okay ja geht eigentlich war jetzt nicht so heftig du bist jetzt bei zehn mal lebensschuss gewesen ich denke mal es müsste von hier reichen das geile ist du kannst mich nicht runter fahren im grunde deswegen gehe ich jetzt auf er was sollte wahrscheinlich sogar ich hoffe das reicht jetzt er war es keine starke attacke aber braucht hat ziemlich wenig energie ne okay wichtig das war wichtig gehen einfach auf eros um den sicheren schaden zu generieren das sieht sehr gut aus denn ich habe jetzt einfach beide schöne noch gegen o perfekt beide schöne noch gegen wohl nona das muss ich unbedingt aus dem verkehr ziehen wahrscheinlich mit doppeltem steinhagel und dann panzer aaron gegen ja selby royal brauche ich glaube ich nicht weiter auszuführen oder vielleicht doch bodyslam obwohl ja ist doch ein bisschen doch nicht so geil denn du hast da leider noch dein schild darfst du halt nicht abfangen okay ich gehe einfach auf bodyslam denke ich der sollte auch schon schaden machen der wird nicht finishen leider aber sollte schon schaden machen okay hast den braten hier gerochen ich hoffe dass ich da noch ein bodyslam oh du könntest mich snipen du könntest mich leider snipen ich gehe einfach rüber boah ja glück gehabt das ist immer so die sache man muss halt leider auch spekulieren wenn ich jetzt drin geblieben wäre flora startet auf mund hier und das wäre weg vom fenster gewesen deswegen guter play vom gegner und gg an der stelle ja auf jeden fall riskant denn ja wenn du doch kurz drin bleiben solltest und das dann eben siehst ne dann bleibst du halt drin hab ich halt ein problem aber es ist wie es ist ne so wälzer hm weiß ich nicht ich gehe schon auf den bodyslam und was ich euch auch empfehlen kann also wenn ihr manntags habt das ist auch sehr geil gegen welser weil das teil ja nur resistierte ladattacken hatten also hab ich auch schon gezockt macht echt bock ist auch gut gegen quappo und ist halt ein bisschen eklig gegen akub aber ja ansonsten halt sehr geil ich bleib jetzt einfach mal drin ich weiß äh ne ich muss mir das pokémon von aufheben und so aber ich weiß es nicht ich mein selbst wenn du nen schlurp oder so hinten hast äh greffeld ist das auch in ordnung panzeron sowieso deswegen bleib ich jetzt drin wir haben den schild eh schon bekommen deswegen geh ruhig auf schlammbombe und dann fahr mich runter oder etwaige spielchen so gehst du auf siedelwasser okay ich geh jetzt in greffeldes krieg einmal siedelwasser ab was soweit in ordnung ist dann fahr mich lieber wahrscheinlich die absenkung ne also irgendwann würdest du schon reinkommen aber ja halb so wild ich könnte nicht abfahren so jetzt ein euro ist schön sollte finischen wenn akub reinkommt ja dann habe ich wie gesagt ein problem aber ja oh ja das wird schon sehr oft gezockt hier ich gehe einfach auf den sicherten schaden auf den sicherten aeroas schaden und dann müssen wir gucken ne wird das teil jetzt wegbekommen ich glaube ich bleibe einfach so lange drin bis du einsetzt ne oder ich weiß nicht okay du bist schon mal ein himmelsfeger reichweite ich spekuliere jetzt auf den köder hat eben leider okay immerhin macht nicht ganz so viel hier ich gehe nochmal auf aeroas obwohl hätte ich vielleicht langsam auf die finster auch ergehen sollen das war jetzt vielleicht doch nicht so clever okay das war glaube ich kein guter swap vom gegner das war glaube ich nicht so gut ich weiß schaufler der wird auch auf dauer was machen wir können vielleicht mit zwei himmelsfeger hier aus dem matchup raus das einzige was wir eigentlich brauchen ich werde da glaube ich dennoch nicht underchargen oder ich glaube nicht ich glaube nicht obwohl hätte ich mal geundercharged hier hätte ich mal geundercharged ich glaube ein schild kann ich rein investieren naja ich hätte uuuuuh ich hätte glaube ich viel mehr farmen müssen ne das war nicht schlau hier aber kriege ich noch zwei himmelsfeger hin das ist die frage aller fragen der gegner schildert nicht das war nicht optimal gespielt glaube ich also ich hätte mit mehr energie aus der geschichte rauskommen müssen also in dem matchup gegen skorkler dementsprechend boah ok ich gehe auf jeden fall auf bodyslam und dann gucken wir weiter könnt es abfangen tust es nicht bleib einfach drin ist egal bleib einfach drin ich werde einmal die drachenklaue schilden und dann gehe ich nochmal auf bodyslam was soweit in ordnung ist ich weiß drachenklaue und könnt es jetzt abfangen aber ich gehe dennoch direkt auf die attacke ok so und jetzt in das gute alte panzer airhorn wahrscheinlich wird jetzt nochmal ein schild kommen ich lasse mich nicht runter farmen ich meine drago raden mit energie ist sehr gefährlich ok 3 4 5 ja schade leider schon siedelwasser leider schon das siedelwasser und sturzfugel leider nicht reichen deswegen gehe ich dann schon mal auf den himmelsfeger ich brauche glaube ich eh beides ich sitze beim nächsten Siedelwasser leider und ja ich lasse mich glaube ich dann soweit es geht nochmal ein bisschen down bringen genau ja ich hoffe das überlebe ich noch aber ich denke schon ich denke schon ja genau jetzt mal drücke ich jetzt auf sturzflug auf jeden Fall ich weiß angriffsdrop aber das sollte dennoch reichen sturzflug ist schon eine gute Attacke hier machen wir jetzt einfach mal ja ich weiß Dragoan oder wie auch immer kann jetzt farm so kriege ich noch einen Bodyslam hin ich befürchte nicht ich befürchte es nicht deswegen jetzt hier auf Errors werde einmal schilden oder fängst du ab ich werde jetzt einfach auf Errors gehen ich könnte es halt sehr sehr geil abfangen ok ich hatte noch nicht mal die Attacke ready bitte kein Kraftkoloss der würde sehr viel Schaden machen ok hm 5 ja rausläufig den Steinhagel obwohl nee wollte es damit auch schon Schaden machen ich muss irgendwie abfangen hier obwohl nee das war glaube ich die Loose Condition das war leider die Loose Condition denn jetzt reicht der Steinhagel das war nicht gut hätte ich glaube ich auf Finster auch gehen müssen und dann hättest du irgendwas einsetzen müssen deswegen GG an meinen Gegner auf jeden Fall ja war jetzt leider nicht optimal gespielt aber wir sehen auch sehr viele Welser also das Teil kann auf jeden Fall auch hier performen so das ist schon mal ein Horror Lead aber auch generell für das ganze Team ich gehe jetzt einfach hier in boah nee das ist das absolute Horror Team leider ich glaube den Himmelsfeger ja ähm ja Aquapo Akub also irgendwie ein Team mit den beiden Pokémon hat man hier schon gute Karten denke ich und ja ich spekuliere jetzt einfach auf einen kreuzschärfen Bait ich glaube mehr kann ich jetzt auch nicht machen hier ok Ladungsstoß ne gut gemacht auf jeden Fall das Mund hier brauche ich nicht mehr so vielleicht die doppelte Kreuzschärfe und die wird auf jeden Fall Schaden machen hier ja ich werde mal langsam reinschilden so und jetzt brauchst du glaube ich noch dreimal Volt wechseln ne ich glaube schon außer hat mich vielleicht verzählt wir werden sehen ok nein ich werde es einsetzen im Gleichstand guck ob du das schildest da müssen wir mal gucken da müssen wir mal schauen ja guter No Shield jetzt gehen wir direkt rüber wir hätten mit Luftschirn natürlich viel komfortabler gewesen das Matchup hier aber so ist das leider nix ich kann eigentlich schon aufgeben aber ich würde gerne ein letztes Pokémon noch wenigstens sehen wollen ok boah nicht geil heftiges Team also wie gesagt Akub im Lead und dann kommt es wahrscheinlich mit Drago hier rein boah das macht ja gar nix naja auf jeden Fall es war haushoch verloren und naja ich meine immerhin 2 zu 3 also natürlich ist nicht das allerbeste Ergebnis aber es war jetzt so gut ich muss mal schauen was man noch so anderweitig zocken kann für ein Team in dem Sinne ja danke fürs Zuschauen ich hoffe euch hat es soweit gefallen viel Erfolg bei euren Sets viel Spaß und bis zum nächsten Mal ciao ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal